Ihr wollt wissen, wofür ich so viele Schalter brauche? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Weiter haben wir heute vor. Erstmal Käffchen. So, ihr fragt euch sicher, warum ich oben rumrenne, weil sonst komme ich zu spät zur Aufnahme. Ich habe, wie beim letzten Mal versprochen, ein bisschen an dem Control Room umgefeilt. So sollte das Ding heißen. War ein bisschen schwierig. Ich habe auch den Abstieg da runter, unser Zickzack in Ordnung gebracht, was ich da falsch gemacht habe. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was wir machen wollen oder was wir gemacht haben und was wir noch machen wollen. Erstmal gehen wir hier hin und gucken uns diesen wunderschönen Raum an. Alles aus Glas, mit den Schrägen. Hinten geht es wieder hoch. Ich bin so froh, dass wir diese Eckelemente gemacht haben. Das ist echt toll. Und das Ganze auf der Seite nochmal. Und wenn man hier runterkommt, läuft man quasi direkt rein. Hier noch so ein Zwischenbereich. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich ihn nutzen möchte. Vielleicht stelle ich auch diese Elemente hier noch Akkus drauf oder so. Das werden wir dann sehen. Und ich habe schon mal die ersten paar Schalter aufgestellt. Weil wir haben das Ganze hier so ein bisschen aufgeteilt in East und West. Oder Ost und West. Und deswegen hätten wir hier die Möglichkeit, alles, was so mehr auf der Seite liegt, anzuschließen. Und dort drüben alles, was mehr auf dieser Seite liegt. Ach ja, das Ganze habe ich natürlich auch so gemacht. Wenn man hier unten ist, also hier so in dem Bereich, kann man durch diese riesigen Tore direkt hier rein gehen. Ist das nicht wunderbar? Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt, was wir haben. Erstmal haben wir andere Musik. Danke. Wir haben insgesamt 45 verschiedene Produktionsschritte. Und diese möchte ich gerne hier abbilden. Indem ich sage, auf der Seite kommen halt 23 hin. Auf der anderen Seite auch 23. Weil einen würde ich mir gerne freihalten für Shredder. Damit ich die anschalten kann, für den Fall, dass hier mal Kaboom ist. Weil da wäre die Frage, ob ich Kaboom doch lieber da an die Wand setze, anstatt da rein. Da müssen wir noch gucken. Vielleicht kann ich auch noch irgendwo einen einsparen. Das war auch letztendlich hier 22, da drüben 22 kommt. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir die hier rein kriegen. Und das ist das, was wir auch heute vorhaben. Schalter setzen. Wie sieht es aus? Und dann wird der Überstiegende träumen. Wir wollen die schon hier so hinfahren. Ich hatte mir die extra rechts in die Seite gesetzt. Verzeihung. Rechts in die Seite gesetzt. Au. Damit ich halt sehe, was ich hier verbrauchbar und aufbaue. Wo sind 28? Ich hätte hier genau 22, wenn ich den einen weggelassen. Ich hätte nochmal da drüben auch noch machen. So. Den setzen wir einmal hin. Dann gehen wir hier durch. Machen wir nämlich schön 44. Lass ich mir einfallen, wie ich den anderen extra mache. Vielleicht kann ich auch zwei Sachen zusammenpacken. Also was zum Beispiel zusammengehen würde. Wenn ich sage, ich möchte. Geht gleich weiter. Ich möchte die Sachen für Kupfer und Eisen, die Raffinerien, die es dazu benötigt. Die möchte ich zusammenpacken. Dann ist das kein Problem. Also dann hätte ich halt. Ist ja relativ egal. Die machen nichts anderes als ein bisschen Kupfer. Über sowas kann ich nochmal nachdenken. Oder irgendein anderes Zwischending. So. Die hätten wir. Dann setzen wir uns. Ähm. Hier müde ich an die Land. So. Ähm. So. Den hätten wir damit dann schon mal. Ähm. Hingesetzt. Ja. Der hat noch keine Connection. Gar nichts. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen. Die Stromzuführung. Die muss ja für alle da sein. Wie machen wir die am besten? Wie kriegen wir das denn hin? Oh. Da fehlen mir die Teile für. Das hole ich mir doch jetzt mal. Wo sind wir da eigentlich? Ähm. Wir sind auf der Seite. Wir müssen nach der drüben. Okay. Nicht dran vorbeirennen. Äh. Wir wollen. Ich nehme mich genau da runter. So. Also wir können da jeweils acht mit anschließen. Gut. Schauen wir mal, ob wir hier genug davon haben. Also wir brauchen zwei dafür. Ähm. Ach. Wenn wir auf 24 hochrechnen. Was das ja. Dann sind das drei. Also wir möchten bei sechs. Auf der anderen Seite auch nochmal. Zwölf. Und das ist noch so ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir die hier finden. Das wäre natürlich. Mega gut. Weil dann hätten wir. Äh. Nein. Nein. Haben wir alles? Nein. Nein. Ne. Ne. Das war nicht die richtigen. Wir brauchen Highspeed-Anschlüsse. Aber 30. Auch das reicht. Ähm. Easy. Nehmen wir. Wenn wir jetzt noch wieder hier hochkommen, wäre das richtig gut. Ich hänge hier ein wenig. Danke. Ja, rüber. Schade ist, auch die Distanz ändert der das noch nicht richtig. Nicht immer. Also die schrägen besser als die geraden. Irgendwie seltsam ist. Und wenn man jetzt höher kommt, sieht man halt. Ja. Nochmal. Dass die irgendwann ruhig sichtigt werden. Na da. Müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten, Jungs. So, einmal hier rein. Sehr gut. Auf die andere Seite. Ne, ich würde hier rein. Dann würde ich nämlich einfach hier in die Ecken schon mal. Jeweils einsetzen. Einer mittig wäre eigentlich ganz gut. Ist die Frage, will ich den dann hier haben? Also. Das geht eigentlich, ne? So. Schnappen wir uns mal. Ich nehme jetzt alle an. A-an. Un. Drei. Dien. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Einen hier rüber. Einen da rüber. Das sieht seltsam aus. Ähm. Ne, da nicht hin. Da hin. Zwei. Wir machen erst hier. Ich hab' ich mich so verzählt. Ich hab' ja auch ein bisschen gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ich weiß ja schon. Mir auch von mehr ausgegangen. Echt. Einen da. Zwei. Einen da, ne? Einen da hat ich mich so verstanden. Ich hab' ja auch ein bisschen gehalten. Ich hab' ja auch ein bisschen gehalten, ne? Ja, das ist ja gut. Ne, das ist ja auch ein bisschen gehalten, ne? Das aber ne. Dann nehmen wir da hin, da hin. Passt, hier müssen zwei überbleiben, weil es sind ja nicht 24, es sind nur 22. So, die hätten wir. Und du bist dort. Ich hab halt keine Kabel mehr, das heißt, ich muss noch mal nachgucken, aber egal, jetzt reicht es. Das heißt, wenn ich jetzt den Schalter umlege, müssten die alle da drin gelb sein. Sind sie nicht, weil ich noch nichts an B angeschlossen habe, aber es kommt Strom an. Alles gut. Da ich jetzt nicht genau weiß, was auf welcher Seite ist, werde ich sie noch nicht beschriften. Vor allem, ich hab mir das alles schön aufgeschrieben, aber nur auf Englisch. Ich muss erst mal gucken, wie die Sachen dann wieder auf Deutsch heißen. Okay. Dich nehmen wir aber und packen dich hier. So. So, den gleichen Spass nehmen wir auf dieser Seite nochmal. Eins. Ich nicht. Irgendwie 30 waren es nicht gut. Ich muss noch mal rüber gehen, ob ich die Knie mit dir gesetzt habe oder ob der eine jetzt schließt. Tja. Hey, ey, 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 ey. Mir tut einfach so, als hätten wir es nicht sehen. Ist das okay? Räut ihr dabei? Wäre nett. darüber aber wir haben strom hier ja schon mal ein bisschen endlich noch das ist ja nicht so ein riesen aktiver zeit und dennoch super dann haben wir den genau und wir fangen da wieder an dahin also ich muss mir noch überlegen was ich dann am besten zusammenschlüsse du musst es voll sein eigentlich du bist doch voll nein du musst es nicht voll sein weil einer wird ja theoretisch noch wieder nach da hinten gehen richtig das ist sowieso noch eine frage wo mache ich meinen weg runter weil die ganzen dinger müssen jetzt irgendwo angeschlossen die müssen ja quasi hier hinten irgendwo als kabelstrang runterlaufen das könnte man natürlich überlegen quasi hier zwei wegnehmen und dann nach unten gehen lassen das sieht aber so aus als kiem das genau über den schienen aus das wäre wenn ich das weiter hier vorne mache den hier zum beispiel könnte sogar gut gehen dann wird das genau da auskommen also das wäre eine möglichkeit da ranzugehen wenn ich moment hier die kante angucke jetzt kann ich genau hier hingehen dann gerade runter und ja genau auf die schiene er sagt dass ich gerade runter muss ich kann ja auch mir erschrägen machen das ist glaube ich eine ganz gute idee machen wir das und da aus drei in die richtung als bisher so wir fangen hier an in drei in die richtung mit schrägen und dann gerade runter und dann haben wir doch unseren weg ja jeder elektriker wird mich hauen wenn ich irgendwas diagonal in der wand lege aber also nicht macht man nicht schwieger verteilt ist elektriker der haupt nicht aber halb so will gehen wir hin das wäre also so ein bisschen der plan ist nur die frage wie machen wir das dann entsprechend hier drin ich muss ja jetzt irgendwie 22 dinge ist 22 dinge an die wand und zwar so dass es noch halbwegs sortierbar ist oder wie breit müsste ich gehen ich glaube da gucken wir uns das ganze jetzt einfach an indem ich irgendwo hingehe recht nach oben eine wand setze und dann mal schaue meld da müssen wir separat machen das heißt im moment habe 45 gesetzt mir fehlt einer macht das sinn den außerhalb zu lassen oder wir fangen erstmal an wir setzen uns mal hier eine wand hin wie viele strom war das denn also auf die kante zu setzen ist natürlich okay 1 2 3 4 5 6 7 wenn ich eine zweite wand mache habe ich hier eine 8 so 2 8 9 10 11 12 13 14 14 15 logischerweise 15 wenn ich jetzt die andere seite ich habe ja dann wenn ich dann hin mache hätte ich ja noch ein da noch ein dann springen wir einmal hier drüber wir haben da 15 das können wir jetzt mal ein bisschen anders machen dass wir elf auf jeder seite haben da hätten wir die 22 die runter gehen 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 und ihr zweiter den meltdown würde ich sowieso irgendwie dann gucken dass der quasi wie auf der einen seite der kollege einfach gerade runter geht wie dieser hier wer hier so runterläuft er geht ja schön an der säule entlang runter das machen wir mit dem meltdown weil alles andere wäre quatsch das heißt wir hätten jetzt doch hier eine möglichkeit sauber kabel runterzuleiten über zwei seiten lasse ich hier stehen als erinnerung wie das geht denke ich daran egal und dann eben mit der schräge jetzt überlegen acht meter geneigte wand oder also wer dann quasi so er hat es kann ich es geht halt genau ein rüber aber ziemlich hoch nämlich könnte ich ein bisschen distanz dazwischen bringen wenn ich das drei lang machen das schwierigste wird halt genau an der stelle den punkt zu treffen wo ich es unten habe ich muss unten mittig zudem hier sein das jetzt von oben runter bauen ist echt was auch viel schlimmer ist nicht da oben rumstehe weil ich wahrscheinlich egal aber wir haben hier ein plan das ist doch schon mal etwas im plan lassen wir so mal dhl willst du mich jetzt veräppeln also ich bekomme gerade eine nachricht dass mein paket das gerade zugestellt wird bis 11 10 zugestellt wird also er war pünktlich der herr postvoter oder der dhl boten aber schon ein bisschen her egal so also so machen wir das muss ich den einen korrigieren und zwar auf der seite hier runter uns nichts und so machen wir können hier ist die mitte ok wir nehmen dich noch mal setzen sich hier mittelchen hier dürfte es noch ein paar so ich kann mal rausnehmen das ist gar nicht so leicht immer natürlich ach und jetzt war die zustellung erfolgreich ok ich liebe es wenn dieses system so spät abdaten hier sieht das schwieriger aus sogar das ist ja schon symmetrisch halten woher müsste ich denn damit los das sind auch drei hier machen wir auf der anderen seite gucken wir das auch so hinkriegen oder wir fangen halt ein früher an wobei wir wollen dass hier rein gehen das machen wir den hier mal jetzt bin günstig aber wir können es suchen so dahin ich weg da hin ich weg So, bis dahin, der ist doch genau richtig, ich kann da ausgehen, dann kommt davor ja die Wand runter, so machen wir das, so gefällt mir das, dem was ich jetzt habe, ist unfassbar schwierig, das hier jetzt so durchzuziehen. So, ich muss zwei Wände hochgehen, okay, ja, macht auch irgendwie Sinn. So, dann nehmen wir uns den hier und sagen, äh, ne, so nicht. Nochmal, und zwar, so. So, nicht relativ safe, äh, sobald ich hier abstürze, wird's ein bisschen schwieriger. So, dahin. So, das war folgendes. Jetzt setzen wir uns direkt dorthin. Dann können wir den auch nachher wieder verwenden, das ist doch schon mal ganz schön. Ähm. Jetzt von da aus. Da hin. Ja, das sieht schon mal auf jeden Fall nach dem aus, was ich möchte. Jetzt hoffe ich nur, dass wir da unten so auskommen, wie ich mir das vorstelle. So, das wäre halt mega. Ja. Das sieht ziemlich gut aus. So. So. Das sieht perfekt aus. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist hier noch weiter. Okay, da ist ein halber Versatz drin. ein bisschen das heißt es dahin gehen wir und wir uns so in ordnung bringen okay das ist jetzt nicht das problem wir müssen bis ganz unten was ich machen könnte bald hast ja jetzt das wird genau hier auf diese kante gehen das ist ein bisschen schön das heißt hier drin könnte ich noch mal nicht machen und dann eben hierhin ok das wird auf jeden fall einer unserer kabelschächte der anderen seite machen wir es genauso das heißt ja bis freitag wieder zu der reist aber auch wo wir uns jetzt hier aneinander trennen weil ich vorsicht selber den hier wir wollen ja nicht da sein das ist ja irgendwie gefällt mir das jetzt mal überlegen hier glas dachte oben noch mal rein zu machen um das zu zu machen haben wir es das wird gehen wir könnten die dinger alle nach unten legen und dann runter drunter und dann so einleiten ja das ist eine gute idee das gefällt mir das machen wir aber ich sag mal das war es für heute wenn es euch gefallen hat dann lasst mal so ein abo da die glocke nicht vergessen daumen wäre großartig kommentar freue ich mich riesig drüber und damit macht es gut käffchen tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020